Jey wir sind wieder bei Fortnite weil wir haben alle Bock auf Fortn... Äh... Wann geht's wieder los? So... Wo wollt ihr landen? Lass doch da landen! Junge, hast du 5 Euro Headset oder wat? Lass mich haben, Italiener? Europa... Europa! Oh, wie gut, dass ich mit denen nicht reden will... Alter, was hat der für'n Kackhäste! Habt ihr schon diese Season Win oder nicht? Ich lande einfach... Hä? Woha sagt du 5 Euro Headset? Ich brauch ne Waffe! Ey, da fehlt ja ein Mini! I need a weapon! Waffe! Da ist ne Waffe! Meine Waffe! Meine Waffe! Meine Waffe! Meine Waffe! Uh... Ne Sniper! Ne Sniper! Jetzt hab ich wenigstens ne Waffe! Oh! Ah, haben sie schon! Könnt ihr mir erklären wie dieses Game geht? Ich spiele das zum ersten Mal! 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 Oh Gott! Ja, ja, ich komm ja schon! Ich komm ja schon! Ich komm ja schon! Ich komm ja schon! Oh! Oh! Der aller echte No Skin! No Skin! Ja und, hast du ein Problem mit No Skin? Der aller echte! Ich hör ein Boot! Ich hör ein Boot! Oh, meine Herren! Hilfe! Hey, du könntest mir mal helfen, du Nase! Ey, lass mich los! Ey, lass mich los! Ey, lass mich los! Ich hör da einen Spider-Man! Haha, ein Spider-Man! Danke! Danke! Oh, Böke! Hüpp! Lass doch den armen Hai in Ruhe! Nee, da will ich nicht rein! Ich hab keine Ahnung, was die hier gerade fabrizieren alles! Aber ich glaube, die Runde wird nicht gut! Ich hab' den Grill! Ich hab' den Grill! Meine Herren! Ich hab' den Grill! Hä? Na ja, mach' du mal! What? Schwing' den Link! So! Wo ist er? Wo ist er? So! Schnell mal ein bisschen... Was? Nomen! Kann mir jemand einen Temel nachgeben? Kann mir jemand einen Temel nachgeben? So! Schnell heilen! Einen Apfel! So! Ich hab' den Apfel! Ich hab' den Apfel! Oh! Sorry! Mit Mebel! Kennt ich nicht! Ich hab' den Apfel! Ach komm, dann hauen wir noch ein bisschen in den Einrichtung kaputt! Goddammit, ey! Ich krieg' zu viel! Ich krieg' zu viel! Aber wir sind immerhin schon mal unter dem besten! 50! Gibt's ja auch noch mal ein bisschen! Oh! Extremer Boost! Ja! Gefällt mir! Geil! Ich guck' mich erst mal ein bisschen! Oh! Alter! Was hat der für ein Headset! Ey! Das ist doch nicht mehr normal! Oh! Scheiß auf den Apfel! Boah! Alter! Der Rückkopplung! Meine Herren! Nein! Aber ich find' gut, dass viele Deutsche drin sind! Ich hätt's echt mal an eine, äh... Bläser anschließen sollen! Egal! Einer, was ist denn hier? Okay, was auch immer die da vorhaben! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich glaube, es geht los hier. Ja, ich weiß nicht, wo er ist. Ja, okay, wenigstens die Karte ist gedroppt. Immerhin etwas. Aber hier ist kein Zusammenhalt im Team. Nichts. Können die denn nicht warten? Hat er die Karte eingesammelt oder... Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Boah, mir friert es schon vom Zusehen. So, hoffen wir mal, dass es hinhaut. Schuld ihm ja was. Dem, äh, Torneo. Hat mir ja auch geholfen. Oh, bitte, bitte jetzt nicht. Nee, Angel will ich nicht. Alter, Spider-Man, bleib doch mal stehen, Mensch. Hat einer die Karte eingesammelt? Oh, shit. Ich krieche von dannen. Spider-Man! Please help! Steh mal durch. Schade. Jetzt klau mir nicht meine Sachen, nimm die Karte. Irgendwie hat das was. Belebt mich wieder! Goddammit! Ne, okay, Matrix. Ah, da kann ich auf Neustart warten, ja. Ey! Nein, flieg! Links, 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 links! Ja, oder mein Ding da. Neustart läuft, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Peace! Peace! Oh, ich bräuchte ne Waffe. Ah, ich hab ne 9mm. Ich hab' hier schon mal ein bisschen Shields. Ich hab' hier schon mal ein bisschen Shields. Danke sehr. Alter, war doch einer. Schnell hin, schnell hin! Oh, danke sehr. Meine Güte. Ja, solange jetzt nicht auf mich geballert wird, ist alles gut. Oh, der mit seinem Billow-Headset, ne? Oh, können wir uns hier ein bisschen heilen? Aber immerhin, ich bin schon Level 6 geworden. Was? Gesundheit! Nochmal 1000. Level-Aufstieg! We are level up, 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 up! Gehen wir doch mal hier hoch, hoch, hoch. Komm mit! Spider-Gwen... Keine Ahnung. Torneo! Torneo! Oh, ne, muss jetzt nicht sein. Herrgott nochmal. Gleich, jetzt warte doch mal, Mensch! Kann ich einfach mal den Ton ausmachen. Immerhin ein Assist. Uh! Spider-Man-Netzschießer. Yeah! Läuft! Ne, ne, brauche ich nicht. Ich hab... Ich hab schon besser... Oh! Okay, Thema durch. Egal. War ne gute Runde. Und jetzt einmal zurück zur Lobby, weil jetzt wollte ich einmal da meinen Anruf nochmal zurückrufen. Dann... Ab Wo Manufactした? exyглядbar denn debtors???